So, da ich wieder in Deutschland bin, werde ich wieder schlechte Filme gucken. Angefangen hiermit. Scooby-Doo meets the Boob Brothers. Irgendein kleinen YouTuber hat gesagt, das ist der schlechteste Scooby-Doo-Film. Und dementsprechend werde ich ihn schauen. Also, wir sehen uns in einer Stunde wieder. So, ich habe jetzt den ganzen Film gesehen und ich muss sagen, spontan kann ich jetzt nicht darüber urteilen, ob das wirklich der schlechteste Scooby-Doo-Film ist, weil es gab davon über 50. Aber eins kann ich mit Recht behaupten. Dieser Film ist wirklich, wirklich scheiße. Wirklich. Es hat wirklich wehgetan, ihn anzuschauen. Wer in diesem Film überspringt, glaubt mir, ihr verpasst gar nichts.